ihre majestät der kaiser so leute und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich zum heutigen video wie es ja bereits im titel lesen könnt werden wir gemeinsam als community ein kleines noobbiker lied machen die idee kam mir dadurch weil ich mir ein corona lied angehört habe und ich dachte mir das kann man extrem gut auf gta in anführungszeichen umschreiben ich habe mir da schon ziemlich viele gedanken gemacht und das wird echt richtig cool ich habe das vorher hier auch schon diesen drei herrschaften erklärt und die fanden die idee übel cool gut ja genau wann fangen wir an wir werden morgen starten um 17 uhr wird der stream beginnen also falls sie mitmachen möchte dann schaltet einfach um 17 uhr ein jeder kann mitmachen ihr braucht dann morgen auch noch alle ein outfit aber das outfit das werden wir dann gemeinsam im stream ganz kurz kreieren das wird dann schon gehen genau wie viele leute brauchen wir für den ganzen humbug also für den ganzen spaß brauchen wir wahrscheinlich so circa an die zehn leute das würde reichen also für eine szene wäre es gut wenn wir 15 wären aber es würden zehn leute auch schon reichen genau also falls ihr mitmachen wollt dann schaltet einfach morgen um 17 uhr ein wenn ich den stream starte und das outfit und das outfit werden wir dann im stream machen wie es eben schon erwähnt habe und ja wir müssen circa so 15 clips machen also ich denke mal so eine gute stunde werden wir dafür brauchen genau dann freue ich mich morgen auf eine zahlreiche teilnahme dann wünsche ich euch jetzt allen einen wunderschönen abend beziehungsweise tag für mich wieder bald fünf uhr morgens lol gut leute dann double peace und ja bis morgen hände wieder runter so ist brav und jetzt verpisst euch raus aus meinem büro oh ja 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 ja